In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man im Rahmen der Binomialverteilung Bernoulli-Experimente mit dem wissenschaftlichen Taschenrechner bestimmen kann. In diesem Fall die Texas-Taschenrechner und ältere Casio-Taschenrechner, die eine ähnliche Befehlskette besitzen. Für den Anfang ein paar sehr kurze Hinweise. In erster Reihe, wann wird überhaupt der Taschenrechner benötigt? Naja, immer dann, wenn die Anzahl der Versuche oder der Stichprobenumfang viel zu umfangreich ist, um die Bernoulli-Formel zu benutzen. Zweitens, dieser Taschenrechner kann leider nur zwei Befehle. Binomial-PDF und Binomial-CDF. Bei der älteren Casio-Taschenrechner heißen, glaube ich, die Befehle Binomial-PD und CD. Kommt auf das gleiche hinaus. Und unser Problem ist, dass alle Ausdrücke mit Hilfe dieser zwei Befehle bearbeitet werden kann. Wir werden sehen, es gibt unzählige Formulierungen in der Aufgabenstellung. Und trotzdem stehen uns nur diese zwei Befehle zur Verfügung. Deshalb solltet ihr zuerst wissen, was diese zwei Befehle können. Als erstes Binomial-PDF. Es ist nichts anderes als die Bernoulli-Formel. Damit meine ich, stellt euch vor, wir haben eine Binomial-Verteilung von 0 bis 20. Also das ist unser Stichprobenumfang. Und wir wollen die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir genau, beispielsweise, 8 Treffer haben. Naja, das wäre ja die Bernoulli-Formel. Und wenn wir den Taschenrechner benutzen dürfen, müssten wir einfach mit diesem Befehl p von x gleich 8 ausrechnen. Damit ist die Sache schon erledigt. Alternativ steht uns noch Binomial-CDF zur Verfügung. Ich habe mich auch hier an eine kleine Übersetzung versucht, mehrere Bernoulli-Formel zusammengezählt. Also dieser Binomial-CDF steht für die kumulierte Wahrscheinlichkeit. Kumuliert bedeutet nichts anderes als angehäuft oder zusammengezählt, anders formuliert. Und wenn wir jetzt die gleiche Verteilung anschauen würden, würde bedeuten, dass der Taschenrechner in diesem Fall in der Lage ist, alle Wahrscheinlichkeiten bzw. die Wahrscheinlichkeit für alle Treffer, die von 0 bis zu einer gewissen Anzahl gehen, zusammen zu zählen. Also ihr müsst euch so vorstellen, wir könnten die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir höchstens 8 Treffer erzielen. Das würde bedeuten, wir haben von 0 bis 8 natürlich 9 Bernoulli-Formeln. Das wollen wir ja bestimmt nicht ausführlich ausrechnen. Und deshalb kann der Taschenrechner das in einem Schritt für uns alles zusammenzählen. Der Ansatz würde dann entsprechend so aussehen. Also das sind die zwei Befehle und das können Sie berechnen. Ich muss an dieser Stelle zugeben, schlimmer als die Umformen, die notwendig sind, um den Taschenrechner zu benutzen, sind allerdings die Formulierungen in den Textaufgaben. Das bedeutet, ihr kriegt eine sachliche Formulierung, ihr müsst das richtige mathematische Symbol wählen und einen passenden Lösungsansatz bilden. Und genau das schauen wir uns noch kurz an, bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen. Stellt euch als erstes Folgendes vor, dass die Aufgabenstellung von euch die Wahrscheinlichkeit für eine genaue Anzahl von Treffern sucht. Das passende mathematische Symbol für das Wort genau ist natürlich das Gleichzeichen und der Ansatz lautet p von x gleich k, wobei k die Anzahl der Treffer ist. Wenn die Wahrscheinlichkeit für höchstens eine gewisse Anzahl von Treffern gesucht ist, dann haben wir kleiner gleich als Symbol, also höchstens. Und unser Lösungsansatz lautet natürlich p von x kleiner gleich k. Wenn die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine gewisse Anzahl von Treffern gesucht ist, dann ist das passende Symbol größer gleich. Und der Ansatz lautet p von x größer gleich k. Wenn die Wahrscheinlichkeit für weniger als eine gewisse Anzahl von Treffern gesucht ist, dann ist das passende Symbol kleiner oder weniger. Und der Ansatz lautet p von x weniger k. Und zuletzt, wenn die Wahrscheinlichkeit für mehr als eine gewisse Anzahl von Treffern gesucht ist, dann ist das passende Zeichen natürlich größer. Und der Ansatz lautet p von x größer k. Und nicht vergessen, beim ersten Ansatz handelt es sich um Binomial-PDF, also um die Bernoulli-Formel, beim zweiten um Binomial-CDF und alle andere Ansätze müssen so umgeformt werden, dass man sie mit Binomial-CDF bearbeiten kann. Wie das Ganze genau geht, sehen wir gleich anhand der Beispielaufgabe. Und hier ist der erste Teil unserer Beispielaufgabe. Also, ein Blumenhändler gibt für seine Blumenzwiebeln eine 80%ige Keimgarantie. Jemand kauft eine Packung mit 40 Zwiebeln, mit welcher Wahrscheinlichkeit keimen und dann kommen halt die passenden Fragestellungen. Könnt gerne an dieser Stelle auch auf Pause drücken, in aller Ruhe die Aufgabenstellen lesen und dann mit mir zusammen weitermachen. So, geht davon aus, dass jeder es gelesen hat. Nicht vergessen, wir befinden uns bei der Binomialverteilung. In erster Reihe muss man die Binomialverteilung definieren. Kurz gesagt, seinen Lösungsweg oder Lösungsansätze begründen. Deshalb ist x die Anzahl der keimenden Blumenzwiebeln und ist binomialverteilt mit n gleich 40 und p gleich 0,8. Für diejenigen von euch, die das im Unterricht benutzen, man kann das Ganze auch nur so schreiben. b 40 und dann Semikolon 0,8. Also b np. Viele Lehrer benutzen diese Schreibweise, deshalb deut ich es kurz an. Wenn ihr das nicht kennt, dann benutzt es einfach nicht. Zu unserer ersten Fragestellung. Wir müssen die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass genau 32 Blumenzwiebel keimen. Okay, mathematischer Ansatz lautet p von x gleich 32. Und wenn wir uns natürlich das Ganze irgendwie anhand eines Balkendiagramms vorstellen, dann wäre das für uns geschätzt einfach mal eine genaue Anzahl der Treffer ungefähr hier. Und wir erinnern uns, dafür ist der Befehl binomialpdf zuständig. Das habe ich jetzt auch benutzt im Taschenrechner und da bekomme ich ungefähr 0,156 als Ergebnis. Drei Stellen nach der Komma sind normalerweise für die Abiturbrüfung vorgesehen, deshalb sollte diese Rundung reichen. Bei der zweiten Teilaufgabe ist die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass höchstens 30 Blumenzwiebel keimen. Also übersetzt heißt das p von x kleiner gleich 30. Und wenn wir uns hier das Ganze so anhand eines Balkendiagramms vorstellen, dann können wir uns 30 ungefähr an dieser Stelle vorstellen. Und wir würden jetzt alle Wahrscheinlichkeiten ausrechnen von 0 bis 30. Und wir wissen ja, dafür ist unser Befehl binomialpdf verantwortlich. Das habe ich jetzt auch benutzt und ungefähr 0,268 kam raus. 0,268. Und das war es an dieser Stelle, deshalb gehen wir hier zur Teilaufgabe c. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 32 Blumenzwiebel keimen. Also, mathematische Schreibweise, p von x größer gleich 32. Und hier fangen eigentlich die Probleme an. Dieser Ansatz kennt der Taschenrechner nicht mehr. Deshalb müssen wir uns was überlegen. Also, wir versuchen uns das Ganze ein bisschen vorzustellen. 32 ist ungefähr hier. Und mindestens 32, das behörte Taschenrechner, sucht die Wahrscheinlichkeit von 32 bis 40. Also, wir suchen die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich hier. Wie können wir es an dieser Stelle austricksen? Naja, wir müssen uns erinnern, die Gesamtwahrscheinlichkeit für jedes Ereignis liegt natürlich bei 100% oder ein Ganzes. Und wenn wir von diesen 100% den Bereich abziehen, was wir nicht brauchen, dieser Bereich würde dann gehen von 0 bis 31 natürlich, dann hätten wir genau die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Und das von 0 bis 31, das kann der Taschenrechner, das ist Binomial ZDF. Also, das wäre dann p von x kleiner gleich 31. Und genau das gibt uns auch unsere Umformung hier an der Stelle. Über das Gegenereignis werden wir dann schreiben 1 minus p von x kleiner gleich 31. Und ihr habt jetzt erstmal an den Taschenrechner hier die Binomialverteilung mit ZDF ausgerechnet und dann 1 minus. Wenn euch bei den Taschenrechnern das bekannt ist, könnt ihr natürlich auch die Speichertaste benutzen, dann habt ihr ein genaueres Ergebnis. Bei mir kam jetzt 0,593 raus. Also 0,593 ist unser Ergebnis auf drei Stellen gerundet. Und weiter geht's mit ganz, ganz spannenden Teilaufgaben. Ich weiß, die Aufgabenstellung ist ganz großes Kino. Aber keine Sorge, so gut wie alle Abi-Aufgaben sind genauso langweilig. Also machen wir weiter. Also bei der D suchen wir die Wahrscheinlichkeit, dass weniger als 37 keimen. Mathematisch geschrieben heißt das p von x kleiner 37. Und wenn wir uns das wieder anhand unserer Balkendiagramms vorstellen, sieht das Ganze so aus. 37 ist p mal Daumen ungefähr hier. Und wenn es weniger als 37 sind, dann werden es mit Sicherheit maximal 36 Blumenzwiebeln. Also wir suchen die Wahrscheinlichkeit von 0 bis 36. Das schreiben wir auch hier hin. p von x höchstens 36. Und das kann natürlich unser Taschenrechner ausrechnen. Das ist wieder Binomial-ZDF. Und die Wahrscheinlichkeit beträgt 0,972, habe ich herausbekommen. Bei der Teilaufgabe E haben wir mehr als 37. Das können wir natürlich so schreiben. p von x größer 37. Und das kann man sich auch wie folgt vorstellen. Die 37 wissen wir ungefähr, wo sie ist jetzt. Und mehr als 37 sind natürlich mindestens 38. Also das Ganze fängt hier an und bis 40. Das können wir auch entsprechend so umschreiben. p von x mindestens 38. Und das hatten wir schon bei der Teilaufgabe C. Da muss man einfach nur das Gegenereignis nehmen. Also das war ja das mit dem 1 minus dem Bereich, den man nicht braucht. In diesem Fall ist es 1 minus p von x kleiner gleich 37. Und wenn man das Ganze in den Taschenrechner eintippt, dann hat man 0,008 raus. Übrigens mein Taschenrechner hat das hier angezeigt. Und das hängt von der Einstellung ab. 8 mal 10 hoch minus 3 ist natürlich das gleiche. Und das ist auch ein gültiges mathematisches Ergebnis. Also erschreckt euch nicht vor solche Teilergebnisse. Das hat alles mit der Einstellung Taschenrechner zu tun. Beide sind in Ordnung. Bei der Teilaufgabe f fängt schon ein bisschen an komplizierter zu werden. Es steht ja, wir sollen die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir mindestens 34 und höchstens 38 von diesem Blumenzwiebel keimen. Das kann man natürlich so schreiben. Das ist ein gewisser Intervall. Wir fangen mit einer kleineren Zahl an. Und das heißt 34 ist kleiner gleich x. Also x ist größer gleich oder mindestens 34. Und gleichzeitig muss x höchstens 38 sein. Okay, damit wir die Umformung verstehen, schauen wir uns wieder so ein Balkendiagramm an. Also der Bereich, den wir suchen, ist irgendwo zwischen 34 und 38. Den werde ich mal hier andeuten. Sehr großzügig zugegeben. Und das suchen wir. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich. Also als erstes könnten wir erstmal alles von 0 bis 38 ausrechnen. Das wäre ja natürlich p von x kleiner gleich 38. Und dann könnten wir den Bereich abziehen, den wir nicht brauchen. Und er geht natürlich von 0 bis 33. Also das hier kann man alles abziehen. Und das ist natürlich p von x kleiner gleich 33. Und damit habt ihr auch die Umformung. Das bedeutet, die obere Grenze bleibt so, wie sie ist. Das heißt, p von x kleiner gleich 38. Minus. Und bei der unteren Grenze haben wir 1 weniger. Statt 34 haben wir jetzt p von x kleiner gleich 33. Wenn man jeder einzelne Befehl in den Taschenrechner eintippt und das Ganze am Ende zusammenrechnen tut, dann hat man als Ergebnis 0,285. Und schon sind wir bei unserer letzten Teilaufgabe. Es sollen weniger als 27 oder mehr als 35 Blumenzwiebel keimen. Auch das versuchen wir uns natürlich ein bisschen anhand dieses Balkendiagramms vorzustellen. Also 27 ist ungefähr hier. Und 35 sind meinetwegen ungefähr hier. Wenn es jetzt heißt, weniger als 27, dann sind das natürlich maximal 26, die keimen sollten. Also das ist dieser Bereich hier. Und das ist nichts anderes als p von x kleiner gleich 26. Und mehr als 35 sind eigentlich mindestens 36. Also alles von 36 bis 40. Das ist dieser Bereich. Und das ist p von x größer gleich 36. Und hier haben wir noch diese Schlüsselwort, kann man es so nennen. Oder in der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann man das auch problemlos übersetzen mit Plus, weil wir haben hier zwei Wahrscheinlichkeiten, die komplett unabhängig voneinander sind. Deshalb müssen wir die Ergebnisse am Ende zusammenzählen. Also lautet unser Ansatz p von x kleiner gleich 26 plus p von x größer gleich 36. Und das hier müssen wir natürlich noch ein bisschen umformen. Wobei das erste Ding bleibt so wie es ist. Also unser erster Ansatz. Da müssen wir nichts ändern. Das ist einfach unser Binomial ZDF. Lediglich bei dem zweiten erkennen wir wieder dieser Gegenereignis, was wir anwenden müssen. Das ist 1 minus p von x kleiner gleich 35. Und wenn ich mich jetzt in den Taschenrechner nicht vertippt habe, dann kommt am Ende 0,095 raus. Also es sind ungefähr 0,095. Entspricht 9,5%. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich gelten diese Umformung für alle Taschenrechner. Nur die Befehlsketten unterscheiden sich im Taschenrechner. Sonst ist es kein großartiger Unterschied. Dann das Wichtigste ist natürlich das Verstehen der Aufgabenstellung, um die richtigen Ansätze bilden zu können. Damit meine ich diese mathematischen Symbole mindestens höchstens weniger mehr. Bringen sie bitte nicht durcheinander. Dadurch versaut ihr euch die ganze Aufgabe. Und es gibt selbstverständlich auch weiterführende Aufgaben, so das sogenannte Problemlösen mit Binomialverteilung, wo einer dieser drei Parameter n, p oder k gesucht sind. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und dann geht es um ein paar Minuten. 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 Vielen Dank.